So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind nun, ach du scheiße, wo sind wir? Ah! Mitten in einem Kampf gelandet, wie das letzte Mal schon. Okay, nur Army in einem Kampf sammeln, im Kampf kannst du mit der Zielauswahl schnell aufgefallene Gegner wechseln, indem du beim Angesieren nach oben neigst. Danach kannst du ihnen ein Ding entziehen, okay. Alles klar. Das ist natürlich sehr praktisch. Fertigkeiten im Laufen des Spiels lassen sich verschiedene Fertigkeiten freischalten. Ihr Einsatz leert deinen AB-Aktionsbalken. Der Balken füllt sich, indem du Gegnern Schaden zufügst. Gut. Genau, das ist meine Intention. So. Eisboom! Ah! Cool. Das ist natürlich sehr geil. So. Ich muss dazu sagen, das letzte Mal hat es irgendwie komischerweise nicht gespeichert. Ach, toll. Das war es dann schon wieder im Kampf und zack sind wir wieder. Alter. Man kann es auch übertreiben. Gute Frage, was zur Hölle ist das? Ich bin schon tot. Ach, schon wieder tot. Alter. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Uh! Alter! Das ist echt sau fies, Mann. Ich mach' ja nicht mal Schaden hier. Hallo? Und jedes Mal direkt tot im ersten Schuss. Schon wieder. Kann man irgendwie halt sagen, wie ich eigentlich gegen den kämpfen soll? Es ist entkommen. Ach, echt? Ich bin froh, dass ich nicht die ganze Zeit gestorben bin. Ihr Vollpfosten. Was ist denn nur mit euch los? So. Ja, das haben wir das irgendwie komischerweise überlebt. Obwohl ich etwa gefühlte 10 Mal gestorben bin oder 20. Cool, ne Karte. Aha. So geht das, als ich da lauter Karten setzen mach. TP Superladung. Alter, das ist sau verwirrend, Mann. Weil man hat einfach 20 verschiedene Möglichkeiten oder so, wie man da reagieren soll. Ah, da hast du wieder irgendein Auffüllding, was mir im Endeffekt eh nichts bringt, weil ich eh die ganze Zeit draufgehe. Schaltet Wichtigobjekte. Wichtigobjekte sind mit einem Pfeil markiert. Nähere dich ihnen und drücke X, um meine Handlung auszuführen. Hallo? Das ist jetzt, ähm, ja. Bisschen leicht erkältet schon wieder. Ja, wir sind bereit zum Kampf. Stellung einnehmen, halt die Fresse. Zack, 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 zack. Ba, 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 ba. Aufgestuft. Das ist echt cool, was auch immer das gemacht hat. Oh, frisst das, frisst meine Karten. Du Sau. Oh, da ist noch einer. Das Leben ist schön, so. Komm her, Sau. Ich hab keine Ahnung, wie das eigentlich mit dem Wall hier funktionieren soll. Ich hab immer gedacht, das wäre so ein bisschen in Richtung Schutzschild. Warte, wo kommt denn der her? Wo kommen auf einmal die ganzen Soldaten her, Mann? Gut, eine grüne Anime erhalten. Was auch immer grün bedeutet. Ah, schon wieder. Es schien sich positiv gewendet zu haben. Hat schon mal jemand gesehen, dass ich gerade eben 20 Mal gestorben bin. Wo war denn das positiv? Einzige, warum ich geklebt habe, war, dass ich die Phönix-Kette oder so. Die Rubrummer. Keine Ahnung, warum das jetzt da gezeigt wurde. Wissen wäre irgendwie nicht. Äh, yo. Was geht bei euch ab hier? An Relikt-Terminals kannst du deinen Spielstand speichern. Schön, das könnte vielleicht der Grund sein, warum es das letzte Mal nicht gespeichert hat. Komm her, speichern. Dann sehen wir mal. Aha, tatsächlich. Speichere. Natürlich ein neuer Spielstand. Nein, weißt du, ich nehm einen alten. Ich hab gar keinen alten, mit Shit-Kette natürlich ein neuer. So. Oh. Speichern. Bestätigen. Ja, tun wir nochmal. Sicherheitshalber drüber speichern. Haha. Es hat sich ja so viel geändert seitdem. So. Aufwertung. Fertigkeiten. Äh, der erste Frost. Alter. Wie viel AP habe ich in 7. Kombo-Stärkung. Manipulations-Heilsatz. Heilsatz ist natürlich ganz geil normalerweise. Aber natürlich, Kombo-Stärkung wäre natürlich auch ganz praktisch. Ja, hau mal rein. Neue Fertigkeit freigeschaltet. Schön. Na, Kampf. Können wir auch noch gleich stärken. Gut. So. Die Nein. So, was hat die denn? Tempo. Das ist natürlich immer gut, dass ich die Nase putzen kann. So. Und. Das war's schon. Klasse. Die hat ziemlich hohe. So. Das ist Richtkreuz. Richtkreuz. Stufe 2. Ja, komm, hau mal rein, Digga. So. Richtkreuz. Stufe 2. Dann nehmen wir gleich Richtkreuz. Heilung. Auch ganz cool. Immer. So. Und das war's dann auch schon, Digga. So. Statuswerte. Okay. Ausrüstung. Alter. Also, das war's. Okay. Alter, Leute, es ist einfach nicht mehr schön. Oh. Oh. Egal. Also, nochmal drüber speichern schnell, ne? Wenn wir eh dann hier sind. Können wir da nochmal schnell überschreiben, ja. Da, 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 da. Haben wir das auch mal. Gut. Eine Manipulatoren befindet sich auf dem Flaggschiff-Kubo. Wer ist Kubo? Bin ich das? Begebt euch zum Landeplatz. Ja. Aber was ist das? Begebt euch zum Landeplatz und beginnt mit der Infiltration. Das war's, ne? Blocken und Defensiv-Magie. Bleib stehen und halte, um das der Tastatur im Defensiv-Kommando auszuführen. Abwehr-Stellung. Okay. Hat dein Charakter Blocken ausgerüstet? Halte, hm? Gedrückt, um aktiv, dabei, und jetzt schon ein Aktionsbalken. Defensiv-Magie. Hat dein Charakter Defensiv-Magie wie Wall oder Wiedhaus gerüstet? Drücke, hm? Lange? Dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr. Ein Wall. Zack. Ja. Alter, was zu... Alter, so lange geht es richtig ab, so lange bin ich ein richtiger Held hier. Oh, wo kommt der her? Alter, ich habe mich zu stechen, du Sau. Penner. Kartensatz. So. Ich finde mich gerade so mächtig. Hallo. Wow. Wow, Leute, wow. Wo seid ihr auf einmal her? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Seht was runtergefahren, sieht so aus. Oder hochgefahren oder wie auch immer. Ihr Penner. Lasst meine Freunde gefälligst in Ruhe. Zack, 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 zack. Alter. Autsch. Ihre kleinen Penner. Ja, es wird Zeit, es wird Zeit, es wird Zeit. Zack, zack, zack. Oh man, ich habe das Gefühl, unser erster Wall wird gleich fallen. So. Hü, 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 hü. Ah, verreckt doch. Oh shit. Aufstehen, aufstehen. Neue Waldbildung. Wow. Hü, 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 hü. HP Heilung. Haha. Geht's ab. Habe ich jetzt Ball genug? Mensch, jetzt geht doch. Könnte ich den Ball noch nicht einsetzen hier? Ah. Zack. Ja. Kleine Penner. So. Haha. Voll am übelsten abfighten hier. Militisches. Militärisches. Verstehen wir, es ist militisch. So. Gibt's hier nicht so ein übelstes Boost-Scheiß-Teil. Was ist mit euch? Auf zum Flagschiff. Geht's vorwärts. Ich glaube, das Beste ist jetzt schon mal ein bisschen aufladen hier. Ich glaube, da oben geht's dann wahrscheinlich gleich wieder richtig rund. So ist es vielleicht gut, dann gleich mal ein übelstes Wäldchen hinzuklopfen. Zack. Zack, 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 zack. Mein Ball ist schon gut. Ihr seid alle des Todes. Kommt her. Hör, 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 hör. Wow. Huh. Guck mal, Ball steht immer noch. Schön, hä? Das nenne ich einen stabilen Wall. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Oh. Oh. Die Dinge, die fange ich echt an zu lieben hier. Hauptdeck. Auf geht's. Kämpft uns durch. Ich hoffe, ich hoffe, was wir hier nicht machen, Alter. Komm. Ja, Mann. Ball zum Schutz. Falls wir nicht mehr können. Hm. Hm. Alter. Warum treffe ich den? Sieht wie gar nicht hier. Wo willst du hin? Kleiner Penner. Alter. Hat der mich gerade angegriffen? Hat der mich gerade angegriffen? So. Gut. Da sind noch welche. Zack, 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 zack. Trost ein paar Karten, hä? Gut. So. Alter. Das hätten wir ein paar Penner, Alter. Also wo hast du das jetzt hingeklatscht? Mensch, es geht ja, komm. So, der oben, den muss man zuerst fahren, jetzt. Eh, ne, kleine. Lurgi. Komm her, Alter. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Alter. Ich mach dich auch fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Komm, komm, komm. Ja. Gib mir die Power. Ach, Gott, ich mach mal so ein scheiß Anführer, Mann. Zack, 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 zack. Oh, oh, oh. Oh, hast du gedenkt? Autsch. Äh. Zack. Juhu. Bah. Puh. Ha, ha, ha. Alter, was ist das? Das war wieder ein Kampf, wie er sich lohnt. So muss das immer sein. Kristall platzieren. Setz mal. Wuhu. Du scheiße. Gib mir deine Power. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße, Alter. Wuhu. 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 Was bist du, Alter? Was bist du? Was willst du? Was willst du? Alter, bleib mir fort. Bleib mir fort. Es ist eine Sau. Autsch. Alter, Leute. Wo ist das Dreckst Ding? Oh, oh. Alter, warum kann das Disch? Verdammt. Leute, Leute. Oh, mein Gott. Ich bin Phönix, du Depp. Oh, scheiße. Alter. Ich sehe gar nichts mehr. Wo bin ich denn? Bin ich da drin? Boah. Gewicht doch. Wasch. So, jetzt geht es aber weiter, Jungs. Und Mädels, hallale, hallalala, ist halt ganz schön hell. Und wer ist das? Und wer ist das? Oh, nicht so schnell rennen. Menschenskinder. Ja, das ist ja. Okay. Oh, klasse. Komm, auf. Flüchten wir. Gut. 3 Meter gerannt. Neue Animation. Wollt ihr mich verarschen? Leute, jetzt mal ohne Witze. Hier geht es ja genau. Rennen, rennen, rennen. Toll. Die Phönix-Dinger sind da drauf. Und das ist aber schön, oder? So, ein Relikt, den kann man auch schon speichern. Wunderbar. Wobei, zuerst gehen wir natürlich Aufwertung in unserem Kram. Alles klar. Vier Stück haben wir. Nahkampfstufe 2. Wobei natürlich Heilsatz auch ganz gut wärmen. So. Scheiße. Sau unnötig, dass ich gelernt habe. Aber egal. Ähm. Jetzt hatten wir Sprung und Feuer GWR eigentlich. So sagen. Was ist Kuppel? Ah, du. Tatsächlich, da untersteht ihr was. Errichtet eine Situation, der TP-Gerinnen gehen kann. Ohne Schaden. Zu nehmen. Das ist natürlich eigentlich auch ganz cool. Na klar. Toll. Egal, machen wir es anstatt Sprung, würde ich sagen. Gut. So. Dann haben wir noch dreifach ausweichen draus. Dann haben wir noch 2 AP übrig. Schön. So, jetzt kommen wir zu Queen. Dual-Magie. Oder Richtkreuz-Kotzen. Machen wir mal. Kotzen. Ja. Richtkreuz-Kotzen. Jawohl, Leute. Ähm. So. Gut. Dann können wir jetzt das Status-Wertes... Hab ich immer noch die erforderliche Dinge. Ausrüstung, haben wir irgendwas Neues. So, also es war's. Toll, Mann. Browser-Reif. Oder Gau. Oder Handschuh. Was ist ein Pots-Blitz? Äh, Blitz-Magie. Was bringt's mir? Mal auch lieber die Verteidigung höher. Das ist mir jetzt erstmal richtiger Sau. Nein, bekommt. Was bekommt er? Er hat schon Browser-Reif. Dann könnte der eigentlich... Noch ein zweiter wird doch auch unnötig, Mann. Ah, wie viel verliert er denn? Gut, so viel verliert er gar nicht. Bekommt halt mehr Blitz-Magie. Bekommt dann die Blitz-Magie. Die Queen bekommt dann... Browser-Reif. So. Hab wir das mal als Speichern. Jo. Okay. Alles klar. Dann haben wir das jetzt. Dann ziehen wir mal weiter. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's guten Tau 3.